Einige gehen schön schräg hoch und die anderen machen erst den Knick darüber. Jo, perfekt. So soll das sein. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modest Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Giff. Also wir waren hier dran, die Dinger da glaube ich zu verdrahten, oder? Da war doch was. Ich habe doch noch so was grobes im Hinterkopf. Und dann müssen wir gucken, dass wir weiter vorne rum bauen. Und irgendwann müssen wir uns darum kümmern, dass wir den ganzen Spaß hier rüber kriegen. Schrecklich. Und irgendwann haben wir das Ganze nochmal mit Kupfer vor. Yay! Ich freue mich. So, fliegen wir erstmal da rüber. Ach ja, das war das Problem, dass wir da... Wir hatten glaube ich nicht mehr genug. So, ich glaube, ich habe gesagt, ich mache erstmal alles fertig auf Mark 1 und dann packen wir es später auf Mark 2 hoch. Genau. So war das. So langsam kommt die Erinnerung wieder. Das heißt, wir gehen da hin. Also hier fehlt ein Bad. Das da. Und dann haben wir dort ein Band. Das. Dorthin soll. Und dann da dran geht. Und weiter geht's mit dem... Daran. 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 So. Das ziehen wir jetzt darüber. Du wirst mir gleich so was von im Weg sein, ne? Aber dann ist das halt so. Ähm. So. Und das ist, äh... Ein bisschen stupide Arbeit. Hatte ich nicht gesagt. Ich glaube, ich mache das mal nebenbei. Ja, wunderbar. Hat super funktioniert. Aber gut. Ihr kennt das ja. Du gehst da dran. Du gehst da dran. Du gehst da dran. Und dann kommen wir mal von und aus, bitte. Das ist echt von hier unten nicht so nett zu machen. Und... Mir fehlen die Worte. So. Das updaten wird noch echt witzig. Da gibt es keinen Sinn. Da können wir... Okay. Sehr gut. Jetzt gehst du... Hier hin. Und der Spaß geht weiter. Ja. Prinzipiell sieht das recht gut aus. Mit dem... Geht so nach und nach nach hoch und so. Optisch gefällt mir das recht gut. Wahrscheinlich werden wir uns dann nachher irgendwo hinter Wänden verstecken und sagen... Oder ist nix. So als Logistikschicht. Aber... Du musst jetzt... Da hat man... Und du musst dementsprechend da rein. Puh. Oder haben wir das... Wie haben wir das gemacht? Das zieht nämlich da anders aus. Der zieht anders aus. Wir haben gesagt... Wir machen hin. Ziehen wir das... Einen raus. Zwei sieht das aus. Ja. So sieht das aus. Besser. Ja. Okay. Ich glaube... Das mache ich mal eben. Für alle hier. Ja. Immer zwei. Und dann kann ich das ja schon mal an den vorherigen dran packen. So. Da gehen wir einmal rum. Ich komme hier rauf. Ja. Ich komme hier rauf geflogen. Willst du bitte landen? Danke. So. Von da aus. Eins. Zwei raus. Und... Da drauf. Okay. Zwei. Und... Kran. Zwei. zwei und deswegen haben wir das auch gemacht damit wir diesen spaß hier haben dahin und ich hoffe so dass es nachher klappt weil sonst wird das wirklich wirklich so damit müssen wir durch sein das heißt wir können jetzt von hier aus mitnehmen und wir machen das ganz stumpf wir ziehen wirklich schön immer beide mit oder alle mit damit wir auch möglichst damit rum kommen das heißt mal nach oben einen darunter und so weiter also dann brauche ich mich nämlich nachher gar nicht mehr so weit bewegen jetzt jedes mal komplett hin und her wir glaube ich ein bisschen doof so hier hin und wir müssen noch gucken irgendwann kommt der moment oder nicht mehr so gut geht da ich natürlich eine einzige zahlen mehr im kopf habe müssen 20 sein oder so dahin ich glaube an der stelle wo schon zwei übereinander sind da muss ich dann aufhören also eigentlich die nummer drei ist noch haben wir da an dem punkt das wäre dahin geht noch da nicht mehr irgendwie sowas müsste das sein wenn wir jetzt 123 hier fünf bis sechs sieben hier hin hier hin dann wäre hier bei acht ein noch ein noch kommt dann käme da die neun vielleicht passt das genau nein du bist sowas von falsch abgebogen kollege so ich nehme dahin ich nehme dahin dann haben wir hier neun oder müsste von da nach ja passt ziemlich genau noch einen dürfen erstmal weil da müssen wir jetzt quasi gegen bauen weil wir dürfen schon können das durchziehen wir dürfen dann nur immer nicht den untersten dran machen nein 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 er scheint schwierig zu sein hier und den dann sind wir auf 10 10 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ok den unteren dürfen wir nicht anschließen aber den dürfen wir anschließen das heißt die zweite reihe geht genau bis hierhin holi ok nächster das ist spannendes gameplay danke ging gerade browser auf mit du kannst dich jetzt an welchen ein bisschen zu entspannt habe ich das glück das wird heute ein bisschen zu entspannt habe ich das gefühl so wie ist da so als blöde frage welche spiel würdet ihr euch denn noch angucken wenn ich das mache ich meine offensichtlich kandidat wäre faktorio aber aus irgendeinem grund ist mir das spiel noch ein bisschen zu teuer vor allem jetzt im moment mit der er ist das mit der mit der erweiterung da bist du ja bei 64 euro nicht ein bisschen heftig auch wenn das spiel ist garantiert wert ist dann müssen wir jetzt muss ich gucken also du gehst einfach nur schräg rüber das heißt du müsstest jetzt auch einfach nur schräg rüber gehen dahin jetzt brauchen wir die alterung und die müssen genau hier an die kante 1 2 3 richtig 1 2 der dritte hat schon was drauf jetzt haben wir drei und da ist nichts drauf das heißt hier müssen hier hin 1 2 2 2 4 dann hier 1 2 2 3 4 5 das geht gleich weiter aber eben das hier 1 2 2 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 8 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 doch das sollte passen das heißt ich kann ab jetzt nicht hin und kann sagen von hier aus dahin nee kann ich nicht weil muss ja noch genau ein tiefer ja 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 also ein spiel wo er sagt jo das wäre cool wenn er dort auch mal zocken würde es als zweiteres einfach mal was anderes zu haben wenn ich niemals nein da will ich nicht an ich will da drunter wo sich die jetzt ernsthaft hat funktioniert ich muss die alle einen tiefer setzen ok naja machen wir das wie gesagt so was wie aktorio wir hatten ja mal captain of industry probiert aber das hat nicht so also da waren auch die die zuschauer zahlen bescheiden deswegen habe ich es auch gelassen wenn ihr versteht aber vielleicht habt ihr ja noch was wo er sagt das würde mich nicht mal interessieren will das doch mal an das passt dann kann man ja man kann ja reden hier ist es jetzt am einfachsten wenn ich wirklich einmal hingehe ihn so komplett runterziehe weil dann habe ich sie alle schon mal vorgefertigt dass ich die nächste ebene dran machen kann du müsstest ja auch wirklich bis zum ende gehen ja was gibt es denn noch außer dem offensichtlichen faktorio hätten wir noch also was ich selbst ist glaube ich nicht so das richtige da haben wir einen vergessen er hat auch einen anderen winkel denn es kraft da könnte man mal rangehen oder einfach mal was komplett anderes landwirtschaft simulator wobei ich tatsächlich mit meiner frau zusammen den simulator mal spielen möchte die frage ob wir das im stream machen es wäre natürlich drüben bei schnüffeln und schneemann da könnte dann sein dass wir da auch sagen kommen wir machen wir machen das auch als let's play und das heißt wenn ich den nehmen müsste der hier dran gehen so immer so wer cool wäre dass meine kommentare schreiben würde irgendwas mit ursachen vor zeige uns das doch mal vielleicht ist da spaß dran oder so würde mich freuen da brauche ich nicht hin ich muss dahin scheiße nein muss ich nicht ich jetzt falsch ja auch dementsprechend du musst hier dran und dorthin das sieht richtiger aus und du musst dorthin und dementsprechend mit nein mit daran und du musst da jetzt runter und dann und da aus hier dran wenn wir da schon gerade bei sind können wir die hin ihre überziehen das dein ernst warum willst du den jetzt schief machen ok wenn du das halt so willst und machen wir das halt auf den anderen was das so gerade eben so ich jetzt nehme wir wollen dass das einheitlich aussieht das sieht richtig aus dann kommst du okay das funktioniert nicht ich muss wirklich von da aus hier rüber kommen damit ich da dran kann so das heißt ich habe sie alle angeschlossen gehen dann da hinten immer so schräg rüber und dann haben wir dort das passt das sieht doch eigentlich schon mal dann müssen wir mal vorne wieder hoch gehen weil da habe ich und da hatte ich ja geguckt ja genau so wollte ich das haben das gefällt mir eigentlich den schönen schräg hoch und die anderen machen erst den knick darüber perfekt so soll das sein okay aha gut dann ja was machen wir jetzt machen wir erst das anschaffen von dem zeug dann müssen wir sowieso gucken wie wir das am besten machen ich würde ja da irgendwie raus gehen und das alles wenn ich mir die höhe von den dünen an guckt wer ist glaube ich sinnvoller ganze tief zu halten ich kann natürlich jetzt auch hingehen und also wenn wir sowieso schon bei wunderbaren content sind wir brauchen hier eine ganze menge steht hier also mit den 96 werden wir nicht ansatzweise ankommen wir brauchen das ja wirklich massiv dann heißt das beste wäre mit euch denn überhaupt dafür also wir brauchen eine ganze menge hier von wir da irgendwo eine fabrik für gebaut oder macht es gerade sinn dort vorne hin zu gehen und die dinge einfach mal automatisiert bauen zu lassen weil ich meine das ist jetzt nicht so ein riesenakt wir machen ja schon die müssen ja draht haben platten müssten wir machen wir machen keinen draht aber wir machen doppel platten es fehlt draht ernsthaft hier erstmal voll und die platten natürlich nehmen die jetzt hier hinten anstehen für da da könnten wir abzweigen dafür jetzt nicht das ding hier haben wir normal platten aber wir brauchen noch draht war jetzt draht in dem fall wie machen wir draht ok den könnten wir direkt aus reisen machen oder eben wieder aus stangen wir haben jetzt im moment hier natürlich die situation dass das alles nicht so super ist das wäre besser das da oben zu machen ich glaube also wenn wir wir haben ja da einen sehr nah dran er ist natürlich ob wir es dass der direkt daran kommt und müssen überlegen ob wir den noch drehen können ich weiß eigentlich vollkommen egal siehst du hoch und gut ist da wäre halt interessant ich mache das eigentlich immer einfacher wäre es gerade den auch trägt wir haben wir hier genug um schon mal wenigstens zwei laufen zu lassen mit zweien können wir ja schon mal dafür sorgen dass wir gehen noch hier von automatisch gegen problem ist an der stelle sind was wird hier unten drunter ist doch irgendwo da haben wir hier 10 zink nein wo ist der kodex 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 oder nein sie ist noch im pläts wir brauchen 10 das wird aus dem schieß gemacht aber jetzt können wir noch nicht anfangen zink ist hier unten her shit das haben wir da vorne jetzt natürlich hier rüber zu holen wäre glaube ich ganz doof oder ähm was du eigentlich hier du machst glasplatten hier steht wieder alles ne warum steht hier eigentlich wieder alles wenn wir schon mal hier unten sind können wir uns das mal angucken warum steht alles du kriegst rein weil kuppa nicht rauskommt das liegt daran dass hier alles voll ist das wiederum ist ein problem ok wir gehen hin wo gehen wir denn hin wo gehen wir denn hin ähm haben wir alles um sollte jetzt nicht so ein problem sein ne machen wir uns mal eben äh machen wir mal eben 10 voll dann setzt man das da oben drauf und lassen das eben wegschreibern ist ja auch kein ding so das heißt wir sitzen wir sitzen den dahin und einen noch oben drüber dann schnappen wir uns setzen den da rein setzen den da unten da rein nehmen uns power line da dran und jetzt müssen wir wieder glück 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 hier noch strom sein und wo muss hier sind haben wir keinen da haben wir keinen könnten da oben dran da ist so das heißt der kann jetzt alles schön da rein nehmen ist egal dass es jetzt so ein bisschen durcheinander gibt aber dann läuft das hier wieder dann kann das da vorne an laufen und dann kann das laufen wir sind vollkommen vom plan weggekommen dass wir im kuchen was verbrauchen für wahrscheinlich auch wieder krascher und sonst noch mehr nämlich die frage ob wir das nicht einfach trägt auch mit dahin packen können damit für unsere bänder anschließt das machst du hier du machst 10 was rubeis brauchst du dafür das crash rubeis macht was mit hin also du hast dann auch noch zwei andere sachen daraus her und gehen also wir brauchen krascher hinter krascher rubeis rubeis war das rote zeug das rote zeug lichter hier an wie blöd das rote zeug das mutter zeug von dahin das mutter zeug von dahin das war das was wir da oben haben und dass uns sowieso offen zu werden geht man da hoch das kommt hier eigentlich hin hier kommt grünes zeug hin das hier sieht auch wirklich verdammt gut aus das gefällt mir so und hier haben wir sowieso schon das ding dass er hier immer mal wieder was von da vorne kriegt und unserem startkraftwerk hier hat der kraftwerk wie viel kriegen wir denn da hier läuft schon durch wo hier ist das problem dass der der voll hängt ok wo auch immer ich mir das zweck noch mal weil du gar nicht schnell genug hinterher kommst mit dem weg packen was wir machen können du bist auch und das ist aber so schon lange schon nicht mehr in der ecken mal folgendes um die einen können wir bestimmt bauen also wir werden mehr dann können wir hingehen ein setzen das zur seite gehen lassen in dann muss man wenn man so besonder haben wir hier nicht meine rum spielen ich stehe doch immer eine um oder natürlich ausnahmsweise mal nicht jetzt steht hier eine rum wir hatten uns hier eine werkbank hin wir brauchen einmal einmal wenn da haben wir wir brauchen ihren ton und haben wir dort oben kommt ein container hin dass der eigenen wir schmeißen uns strom dran wir haben strom so dann schnappen wir uns hier auch wieder sehr das kann man nicht hatten wir uns hier einen smarts bitter und wir machen einfach weit aus gut ist overflow und dort kommt ein band man da oben muss nicht schnell sein das muss einfach nur funktioniert weil dann kommt da nehme ich konstant was aus in der zwischenzeit wir nehmen das hier schon mal weg ist das ein bisschen dann kommt da konstant raus wir können gott war das verreckt so wir können dort dran und wenn den haben da reinschmeißen ist es auch schön weggeschreddert die punkte nicht des mäntel ist doch gut also das haben wir alles wieder die mischt waren abteilung so wieder öffnet hier ist sowieso alles voll und das immer nicht weg ok passt der schmeißt das schön da rein ansonsten hat der rest vorrang gleichzeitig kommt das zeug daraus wird jetzt gerade geklascht hier haben wir dich könnten hier hinter ja sagen wir brauchen das ja da oben das können wir uns von da ab jetzt warten das ist so eine ganz gute idee das heißt wir gehen hier rüber wir setzen uns hier ein crash ein wenn wir genug material haben haben wir so du kommst aber auch nur in einen rein deswegen machen wir hier hin wie brauchst du wir brauchen sind sind zink und hin mit schnellmix schon alles dass wenn ich auch ein wo oder war das ein anderes gerät da ist der sorter ja das war der sorter da müssten wir wir möchten gerne reines sortiertes zinn müsste wasser dran ok wasser wollen wir nicht hier muss das rein das müsste der hier sein ja kracht hin hier passt ok falsche maschine kein problem ich setzen wir zweck da kommt ein sort ein zwar so rum so noch mal gucken wir haben gesagt wir brauchen das 120 müssen drauf es wird nichts 120 werde ich nicht raus was machten wir da hinten wie viel machten der muss ich wieder gehen so wenn man da lang wenn uns das da ein bisschen hochziehen ist jetzt nicht das problem wo bist du da du haust uns 60 aus euch noch einen zweiten und dann wollen wir nicht du haust uns 60 aus wenn du wieviel bist du rein so impure du kriegst 15 rein also 30 rein du bräuchte es eigentlich 60 also das ist ja schon ein problem also wir werden immer zu wenig haben wir können den ja auch 50 prozent runter takt machen wir das in den beiden sachen schmeißen wir dann in den den container rein aber ich auch wieder zeug alles egal so achso ich sollte vielleicht hier unten hingehen wenn ich hier unten was machen möchte also dann ändern wir das gleich oben und zwar ändern wir das so dass wir da hinkriegen und du machst mir einen einfachen splitter du machst mir gar keinen splitter ich könnte auch direkt macht das sind mal nee ich mache besser zwei also zehn bauen weg damit dann haben wir das dann kommt hier ein es ist vollkommen egal was wir drauf setzen ich setze das maß bitte und ich setze den so das geradeaus mein overflow ist und links kommt dann kann ich das band darüber ziehen und dann läuft das schön dann läuft jetzt da oben der container erstmal leer ist ja kein problem doch es geht darüber auch einmal rum das heißt aber auch den kopf hier ändern also du machst das du hast keine power wir zackten dich runter auf 50 prozent hier 45 raus das sollte reichen du bekommst da läuft langsam aus rein okay es ist langsam ist mir das heißt wir ziehen uns das dahin das in die mitte und das ihr hin so dann kommen hier zwei von den dann kommst du mit dem wird haben wir hier da ist mein team da ist blei warum machst du es mir so kompliziert also einen hoch du ist und du gehst bitte da ich hoffe ich bin hier mitten durch du gehst 1 2 und dann machen wir einmal dich ich egal wenn das so da durch geht dann geht das alles schön da rein und ich dich das zeugte aus dafür dass wir uns die fläche eigentlich frei halten wollten aber egal ja 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 so jetzt brauchen wir wenn ich das richtig im kopf habe zwei konstruktoren hintereinander oder haben wir ein wir brauchen wir brauchen sheets haben wir kein alternativ rezept für also müssen wir erst 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 wir müssen das noch wir brauchen als erstes 1 mal er geht wiederum in einem konstruktion so du jetzt da rein du machst mir ich hätte das direkt machen können ich bräuchte den zwischenschritt gar nicht egal auch das auch das immerhin da rein du machst mir das du machst mir das und wenn die nicht optimal läuft es mir das im moment relativ egal auf sache wir haben das du kommst hier hin hier hin hier hin so ist bitte daran so du fängst an zu melden schmeißt dann deine 45 hier rein die viel zu viel sind für den und das ist dann perfekte ratio sehr gut geht darüber okay das läuft hinterher ignorieren war dann kümmern wir uns hier drum hier raus kommt einmal start wie gründen wir damit vorgehen gehen wollte ich glaube ich wir kriegen 37 raus ne ich kann die immer also zwei stück kriege ich auf den 60er und zwei 60er kriege ich auch jetzt wieder die frage wo kommt was raus ich behaupte dass das wieder mal ganz bescheuert wird wir brauchen noch ein paar mehr von denen wir hingehen also wir nehmen erstmal den er muss was direkt ganz oben dran sind die ersten beiden die wir anschließen müssen wir natürlich bis hierhin ziehen das ist ein bisschen viel das heißt da müssen wir neu müssen noch was bauen ja so kommen wir bis dahin das wäre es natürlich optimal wenn wir sagen würden möchten gerne den conveyor lift haben bis ungefähr hier und ihr zwei ähm merger das sieht gut aus und da aus da rein und da rein dann geht es von hier darüber jetzt muss man gucken ja das ganze auf die 2 ziehen dafür brauchen wir 28 wir brauchen hier nochmal 14 sind 42 und wir brauchen dort 10 52 stück wie viel können wir gerade hatte ich habe die die war nicht weit oder die war da und ich habe sie wieder abgebaut so viel zum thema die war nicht weit also gehen wir hier hin das habe ich gesagt 52 ich kann noch 40 plus 7 die ich habe sind 47 woran scheitert es an den dingern wie viel kann ich davon machen 105 das ist super 47 haben wir dann machen wir mal ein paar ok wir wollen dich auf markt bringen dich auf und wir wollen dich drauf dann läuft das da hoch und die können anfangen zu arbeiten alles so stehen alles sehr gut bis hierhin gefällt es mir du bist am arbeiten ihr solltet jetzt auch arbeiten und mir sagen welche was ausgeben woran fehlt es euch habe ich echtes falsche rezept ausgewählt ich brauche das hier ich brauche das hier ich brauche das hier ja ok war klar das ist ärgerlich da habe ich nicht drauf geachtet das wird nachher die hölle hier raus zu suchen was denn jetzt wo noch ein rezept falsch ist weil ich garantiert irgendwo eins vergessen habe wenn ich etwas mal hier zum beispiel das ist so ein kandidat gewesen also er wenn ich das jetzt mehrfach mache ist mir das vollkommen wenn ichption nein 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 irgendwo werde ich was gep checklist haben das vielleicht vorher machen soll oder erst nachher machen sollen wie auch immer so leere rezepte rein quasi keine wunderbärchen so wo wir sind für einen kleinen moment nicht so da vorne haben wir das zeug wir machen jetzt wir uns um den die reste du musst wir setzen wer lift so und conveyor lift so das machen wir hier genauso und so weil die wollen wir zusammenfügen jetzt kommt der schwierige teil wir brauchen müssen am besten hin brauchen märcher könnten märcher so da draufsetzen und so rausgehen lassen macht das sind das so zu tun ließen also schöner fände ich sehr wenn es direkt darauf werden wenn ich das so mache wir machen das so wenn ich es jemals hier treffe so dahin dann bedeutet das nämlich dass ich von da aus da rein gehen und da aus da rein gehen es kann nämlich hier schön in der mitte drüber kriege ich das hin indem ich sage ich setze einen lift ich weiß ja jetzt kann ich mir dann immer wieder abgucken aber wenn ich jetzt hingehen lift hier hinsetzen und zwar immer ist hier die mitte dazwischen hier ungefähr immer dahin aber das ist ziemlich genau vor dem loch so hier jetzt wieder märcher in packen dort dann mal dieses welt an diesem welt rein und einmal diesem welt rein er ist ein stückchen weiter da dann kann ich dir unten wegnehmen und kann nun mit so auf die art und weise könnte ich hier oben container hinsetzen will ich so hier container hinsetzen oder will ich container noch einen höher haben gut sprungen wenn ich container noch einen höher setzen dann habe ich unten beliebig freiraum so hier oben kommt nun auch quatsch der hin für den mal wieder rotoren das ist dann das nächste was wir in angriff nehmen sollten nein da oben so wir machen aus diesem spiel noch ein jump und run jetzt zeigt mir das schon an wenn ich denn so hinstelle kriege ich das hin mit dem oh das läuft sofort los ist super dann heißt ich kann das hier wegnehmen jetzt geht es nur noch um strom und strom aber hier noch weiter vor und ziehen den einmal da hoch entsorgung abgeschlossen und ja mir ist vollkommen bewusst dass wir hier noch ein bisschen was zu tun haben jetzt geht es ums zu melden ich jetzt immer du sollst mir eisen machen euch wird anderes für ok schlampige eisenbahn nehmen wir schlampige eisenbahn wir brauchen 30 pro minute für 30 du erzeugst mir also einer reicht für zwei noch mal schon eine stunde dahin 2 jetzt schlecht das gefällt mir so nicht also mein problem ist gerade ich kriege die beiden nicht sicher ich könnte den hier ein bisschen verschieben aber die entfernung passt das nicht ich halte keine zwei stück vor weil die sind halt irgendwie ich machen könnte wenn dieser dann wird das vielleicht hier noch passen aber so richtig das wäre schön aber ich brauche das wenn ich jetzt hier den nächsten vorsätze also auch schon nicht mehr geht wegen dem na also die müsste ich noch höher setzen drei hoch beim nächsten mal muss man auch umbauen also ich krieg die nicht vernünftig davor wie mache ich das jetzt am sinnigsten okay ich glaube das ist was für das nächste mal da muss ich mir noch gedanken machen irgendwie muss ich vier stück vielleicht könnte ich auch mal anfangen haben wir schon blueprints können schon blueprints das heißt wir haben mark 12 dann machen auch direkt markt 2 würde ich sagen weil da können wir ja genauso das gleiche drin machen 48 48 32 das ist jetzt ja ähm ähm den können wir ja schon mal poli nein nein ich hätte gerne den poli fuck bist du groß ich mach dich mal eben nur hier hin damit wir bauen können welche Felder haben wir denn hier ja stellten danke äh 1 2 3 4 5 6 das ist ein 6 x 6 und hoch äh ja auch vollkommen egal ähm da drin können wir dann uns irgendwas zusammenbauen dass wir relativ kompakt hinkommen weil die länge ist 1 das weiß ich ähm wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr oder ein Stückchen weniger keine ahnung und dann müssen wir gucken in die richtung geht schlecht wegen dem könnten das natürlich in dem fall einfach hier hinter setzen quer dann müssen wir die zwei zusammenfügen dann haben wir 60 hier haben wir 120 also wir müssen vier stück irgendwie zusammenbauen dass die nebeneinander stehen oder wie auch immer 120er geht rein ja das machen wir planen das dann auch so dass wir quasi 260er einfach anschließen können weil es etwas einfacher ist perfekt ähm so machen wir das äh ich sag mal das war's für heute wenn es euch gefallen hat dann lasst mal so ein Abo da Glocke nicht vergessen Daumen wäre großartig Kommentar freue ich mich riesig drüber und damit macht es gut Gäffchen tschüss Glocke 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 Untertitelung des ZDF, 2020